Hallo Leute, ja wir sind in Simotrans, die Staffel Nummer 4 mit dem Comic Pack 7.1 war das glaube ich. Das ist unsere Karte, wie ihr seht. Ich habe da wieder eine neue gewürfelt. Mir war wichtig verschiedene Landmassen zu haben. Hier haben wir zwei, drei, vier, fünf, sechs Landmassen. Sieben wenn man es so sieht, weil hier ist noch eine Insel. Und ja, von hier oben Gießen nach Bramsche, von Bernigerode nach Kirchheim. Kirchheim ist vielleicht weiter links oder Hagen, befindet sich unsere Karte. Das ist jetzt unser Ziel, das müssen wir alles so ein bisschen erschließen. Hier wird es mit Schifffahrt sein, hier kann man wahrscheinlich untereinander ein bisschen was schon mal machen. Und hier natürlich auch, genauso wie da und da. Die Insel wird es mal erschließen, müssen später vielleicht eine Brücke bauen. Das wird unser Ziel sein. So, dann würde ich sagen, schaut das Logo und dann gehen wir rein und fangen schon mal an. So, das heißt die Pause raus, die Karte zu. Wir sind da jetzt im Wasser irgendwo. Da ist eine Insel, da könnte noch eine Farm nachher sein. Ja, das heißt, das war jetzt vielleicht nicht so ganz so praktisch, aber naja, fangen wir unten an. Da waren vier Orte oder sowas, die wir dann hier verbinden können. Dann haben wir hier eine Bramische Dülm. Ja, Dülm hat hier eine Burg als Dingsdach schon. Als Rathaus, sehr interessant. Was haben wir da noch? Lörrach, Standardfachwerkhaus und hier oben ist Görlitz, auch ein Standardfachwerkhaus. Da würde ich sagen, können wir diese vier erstmal verbinden, sozusagen, beziehungsweise eine Kutsche bauen. Ich würde jetzt hier bei Dülm das Depot eröffnen. Achso, Startjahr hatte ich gar nicht erwähnt, 1888. Ich hatte ja in der Ankündigung davon gesprochen, dass wir dann nicht mit Kutschen oder zwei, drei Jahre Kutsche machen. Ich habe dann mal nachgeguckt, die Kutschen kommen 1930 weg, dann kommt der erste Bus. Das ist ein bisschen traurig, aber was willst du machen? Kannste nichts machen, ist halt so. So, das heißt, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier erstmal irgendwo, ich mache es mal hier hinlaube. Da machen wir jetzt erstmal ein Depot hin. Wenn wir ein paar Kutschen hier ans Laufen kriegen, dann können wir das erste Geld rein kriegen. Bushaltestellen. Bushaltestellen mit Briefkasten ist ja unser Liebstes. Das würde ich jetzt hier hin machen. Habe ja jetzt zu überlegen, ne? Ja, das würde nicht passen dann. Wenn ich den Kartenrand mit abdenken möchte, dann müsste ich so anfangen. Dann müsste ich das so machen. Aber dann hätte ich nicht das Radhaus richtig drin, das geht auch nicht. Also egal, machen wir so. Da einer hin. Und dann hier einer hin. Ja, geht ja nur da hin. Ist dann abgedeckt. Hier haben wir schon eine Burg, die wir mit anschließen können. Hier haben wir auch keine andere Wahl, wie da hin zu machen. Und hier wäre es egal. Tendenziell da hin machen. So. Ja, Burg machen wir später. Machen wir erstmal hier Fahrzeuge drauf. Auf Linien. Dass wir da irgendwelche Leute erstmal hin und her fahren lassen, ne? Das neue Linie. Linie 1 ist von da nach da. Regionalbus. Bramsche. Dülmen. Schluss. Passt. Dann neue Linie von Dülmen. Nach das Bindestrecher wird bestimmt eben vergessen, aber egal. Nach Lörrach. Haben wir. Aber keine Dingens gemacht. Wie heißt es? Keine Bushaltestelle ausgewählt. Nach da. Fertig. Und dann von Lörrach nach. Görlitz. So. Haben wir auch. Nach Dülmen. Nach Dülmen. Dülmen. Nach Lörrach. Lörrach. Nach Görlitz. Passt. Hier können wir schon mal gerade den Windesstrich noch einsetzen. Dann sieht das schicker aus. Gut. Erledigt. Depot. Und dann Kutschen drauf. Lkw. 18. Das ist 25. Und. Habe ich den jetzt ausgewählt? Ja. Sieht bloß auch aus. Sieht man nur nicht. Ist größer ziehe. Aha. Dann passt es. Und das ist die Kutsche mit 25. Linie. Bramsche Dülmen. Starten. Zweite Kutsche. Linie. Linie. Ist dann Dülmen. Lörrach. Starten. Und. Dritte Kutsche. Ist das. Und das ist auch den hier. Lörrach. Görlitz. Starten. Noch kein Fahrplan vorhanden. Was haben wir da falsch gemacht? Ah. Das ist schlecht. So. Dann sind die Fahrplan vorhanden. Und. Starten. Passt schon mal. Städte können wachsen. Rutschen sind unterwegs. Die letzte fährt da lang. Passt. Gut. Gehen wir nochmal auf die Karte. Gehen wir. Mal hier hin. Schauen wir uns das da an. Die sind alle verbunden die Städte. Will ich hoffen. Sieht so aus. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Ja. Dann wird es bei Limbach am besten sein. Hier machen wir den irgendwo den Dingens hin. Den. Das Depot. So haben wir dann. Und dann geht es hier auch wieder los mit. Neuer Linie. Wer ist hier unten? Lückenwalde. Kenne ich nicht. Weiß nicht wo Lückenwalde ist. Nach. Überling. Kenne ich auch nicht. Weiß ich auch nicht wo das ist. Hört sich nach Süddeutschland an. So. Achso. Wir müssen auch noch ein paar Dinge zu machen. Bushaltestellen erst setzen. Vielleicht. Dann klappt es auch mit. Gut. Warte. Häuschen. Wolfgasten. Weiß ich gar nicht welchen ich da letztens gemacht habe. Wir machen den aber jetzt. Also da ist Fakt, dass der da ein muss. Da spielt es keine Rolle. Aber vielleicht dann doch so. Hier. Ist eigentlich auch egal. Machen wir da so hin. Hier ist das jetzt wo man hier so überlegen müsste, dass man da eigentlich das hinsetzt. Aber. Guck. Wir fangen so an. Okay. Wenn ich da das abdecken. Aha. Das passt dann so schon bestens. Na ja. Da macht es vielleicht Sinn das so zu machen. So. Das heißt wir gehen jetzt nach Lucanwalde zurück. Das können wir. Ne. Das brauchen wir nicht schließen. Sondern wir müssen jetzt hier rein klicken. Und dann Lucanwalde suchen. Das ist da. Und das wird noch da. Gut haben wir. Neue Linie. Über. Über. Linie. Nach. Limbach. Schuss. Da. Nach. Da. Nach. Fertig. Da. Neue Linie von Limbach nach Neumarkt. Da spielt es auch keine Rolle, wo man zuerst hinfährt, oder? Doch, das ist aber auch egal. Passt. Und dann fahren wir nochmal mit einer neuen Linie von Neumarkt nach Leinfelden. Schluss. So, machen wir dahin nochmal den Markt. Und da die Haltestelle. Passt. Neue Linie, Regionalbus, Leinfelden nach Fürstenwalde. Schluss. Und da nach da. Passt. Jetzt machen wir das Depot nochmal. RKW den, Bus den, Linie den. Starten. Das Gespann mit dem Fahrzeug nach Neumarkt. Starten. Wieder das gleiche. Und da. Starten. Den, den. Neumarkt, Reinfelden. Starten. Und den letzten. Den. Auf Überlingen-Limbach. Starten. Fertig. So, das heißt, die sind unterwegs. Können wir jetzt Karte nochmal aufgucken. Das heißt, wir haben das geschafft, wir haben das geschafft. Jetzt haben wir hier eine große Fläche und da. Das ist wahrscheinlich noch eine größere Fläche wie die. Jetzt gucken wir uns mal gerade hier Worms an. Äh, Werniger Roder an und Worms. Worms. Werniger Roder. Kriegt einen schönen Hafen dann ein. Güterkai. Pier. Güterkai. Das ist Post und Personen auch, oder was steht da? Eigentlich schon, ne? Pier für Persosierschiffe, aber das reicht leider nicht da ganz hin, ne? Okay, dann würde das bedeuten, das wäre da, das wäre da. Hm. Ich würde es dann tatsächlich hier hinsitzen wollen. Dann kommt hier noch wunderbar eine Linie hin. Dann kommt hier das hin. Und das passt wieder nicht ganz, ne? Machen wir so und die Straße müssen wir leider länger machen. Und dann kommt da noch eine Bushaltestelle halt hin. Dann machen wir hier, ne, da kommt hier das Ding hin. Das heißt, wir müssen noch irgendwo eine Abzweihung machen für das Depot. Machen wir da hin. Dann machen wir hier noch eine schicke Linie hin. Schuttelbus. Stuttbus heißt das. Zubringerbus. Berniger oder Hafen. Schuss. Und das ist von da nach da nach da nach da nach da. Weil es ein Shuttlebus ist, machen wir das so. Sonst würden wir das anders machen, ne? Gut, passt. Das. Und das. Und Zubringerbus. Start. Fertig da. Fertig da erstmal. Und Worms ist hier. Hier brauchen wir wieder den Hafen. Fertig da. Wo war der jetzt mit Passagiere? Da. Kommt da auch nicht so hin dann. Der wäre da. Das geht alle nicht so. Dann wäre es da. Ist nicht in der Flucht mit dem dann, ne? Aber wir machen es da hin. Mal gucken, wieso. So sieht es cool aus. Machen wir da einen hin. Da. Und der deckt sogar ab dann. Warte, dann machen wir auch noch so einen da rein. Dann ist es nämlich passend. Dann kommt später mal da auch einer hin. Die Straße mache ich mir mal schon. Dann baut Simon Trinster mir kein Haus hin, ne? So. Das bedeutet. Hier machen wir es immer gerade andersrum. Setzen da das Depot hin. Wir basteln uns eine neue Linie. Von da nach da. Zubringerbus. Worms. Aachen. Tippfehler. Plus. Das. 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 Passt. Läuft. Jetzt machen wir den. Neue Linie. Von da. Da. Nach. Nach. Schuss. Weg. Kann auch weg. Kann auch weg. Jetzt müssen wir hier noch ein Schiffsdepot hinsetzen. Die sind ziemlich egal, glaube ich. Hauen wir da hin. Dann haben wir hier unser Segelschiff mit 16 Passagieren. Und da haben wir die Linie und der startet. Und los geht's. Fährt hier schon einer? Haben wir nicht auf starten geklickt, sonst shit. Hier ist niemand, da ist niemand. Jetzt interessiert mich hier natürlich noch. Hier ist niemand. Hier ist schon drei Personen und da. Berninger, Rote Haus und Ahron Allee. Ah, da wollen schon welche hin und her fahren. Im innerstädtischen Bereich. Gehe auch nicht schlecht. Die steigen hier aus dem Haus raus. Gehen da rüber. Fahren mit dem Rutsch hier rüber. Gehen dann da wieder rein. Egal, passt. So kann man natürlich dann Dingens herstellen. Obwohl, jetzt sind die hier weg. Ach ne, die sind schon geladen. Tatsächlich. Drei von sechs sitzen da schon drin. Sehr schön. So, das heißt, wir sind für die Folge erstmal durch. Ich würde sagen, wir schauen in der nächsten Folge weiter. Was wir da so alles basteln. Da wird es natürlich viele, viele Haltestellen und Kutschen geben. Weil wir ganz viele Städte haben. Ich nehme das nicht überhand. Aber ich habe gedacht, wir machen mal ein paar mehr. Okay. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn wir das nächste Mal auch wieder mit dabei sein. Falls ihr noch keine überhaupt macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an. Kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben. Und auch gerne das Video auf einer Kanne teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.